Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Was wäre, wenn Son Goku im Ultra-Instinkt einen Saiyajin-Schwanz hätte? Zu dieser Theorie gehört auch, dass Vegeta einen künstlichen Mond erschaffen würde. So würden wir ein Ultra-Instinkt-Ozaru sehen, gegen so ein Gegner hätte Jiren sehr schwer gehabt. Er würde sicher auch darauf kommen, dass das Saiyajin-Schwanz die Schwäche ist. Aber ausnutzen würde er das nicht, weil er ja auch einen Gegner haben will. Bis dann Son Goku ein Schlag landen würde, der so stark ist, dass Jiren aus dem Ring gehauen wird. Jiren würde halt nicht ausweichen, wie man ihn kennt und das wäre sein großer Fehler dabei. Also Zaru denke ich auch, weil er sich so oder so nicht unter Kontrolle hätte, dass der Ultra-Instinkt länger halten würde. Toppo hätte ja auch keine andere Wahl, als seine wahre Macht einzusetzen und würde zum Gott der Zerstörung wären. Er ist natürlich stark, aber gegen Son Goku, also Zaru mit dem Ultra-Instinkt würde das nichts wirklich nützen, es sei denn, der Ultra-Instinkt würde nachlassen. So würde der Saiyajin-Schwanz wieder verschwinden, da er ja halt nur wegen dem Ultra-Instinkt gekommen ist. Und Son Goku würde dann von Toppo rausgehauen, während Vegeta würde dann als letzte Hoffnung bleiben, aber ohne den Super Saiyajin Blue Evolution würde er einfach verlieren. Mit dem Blue Evolution würde er natürlich gewinnen, aber Hit wäre auch noch drin und so komplett am Ende könnte Vegeta gegen Hit nicht gewinnen. Damit würde Universum 6 gewinnen. Obwohl, es gibt ja noch Anirasa oder Anilasa, wie heißt er, könnte noch gegen Hit gewinnen und so würde das Roboter-Universum gewinnen. Okay, aber nochmal zurück zum Anfang, so schnell würde Jiren natürlich nicht rausgehauen werden, das ist einfach klar. Ich denke, Jiren würde es gelingen, Son Goku den Saiyajin-Schwanz abzuschneiden und so würde alles so ablaufen, wie man es kennt. Oder beim perfekten Ultra-Instinkt wäre der Saiyajin-Schwanz wieder nachgewachsen, ein weißer Otsauro wäre schon sehr nice. Am Ende würde es dann natürlich so kommen, wie wir es uns denken, C-17 und sein tolles Boot. Insgesamt hätte Jiren einfach nur schwerer gehabt, aber so sehe ich großartig keine Änderung. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorien-Vorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!